SBK on Tour entführt euch heute in den südlichsten Stadtteil Tokios, nach Ota. Hier steht der Ikegami Honmonji, ein buddhistischer Tempel, fertiggestellt im Jahre 1282. Jedes Jahr feiert man den Tod des Gründers Nichiren, der vor über 700 Jahren in der Kamakura-Zeit lebte. Diese, auch touristisch sehr empfehlenswerte Veranstaltung ist das Oishiki-Fest. Das Tempelfest wird jährlich von über 300.000 Menschen besucht. Es findet nicht zur Matsuri-Hochsaison im Sommer statt, sondern in der zweiten Oktoberwoche. Wer also Japan im beginnenden Herbst besucht, muss ein echt japanisches Festival nicht missen. Über 3000 Menschen tragen heilige Laternen über eine kilometerlange Strecke. Das Ritual nennt sich Mando, was in etwa 10.000 Lichter bedeutet. Achtung, also Trainer, dahinter uns ist der Tempel. Der Tempel? Das ist hier auf der Seite. Wir dachten die ganze Zeit, dass das Tempelfest aus 20 Ständen besteht. Und dann sind wir einmal links abgebogen und es ist ein riesengroßes Mega-Stadtfest, wo Leute die ganz im Kreis laufen. So wie diese Bomben-Lkw-Spy der Dark Knight Rises über Kilometer hinweg. Und dann am Ende bei diesem Tempel da hinten landen. Und ich glaube, die wechseln sich dann ab. Das ist jetzt eine Prozession. Und dieses komische Leuchtehens da, das ist eine Pagode mit Sakura-Blättern wohl dran. Wir haben noch vorhin einige gesehen und dachten, das ist die einzige. Hier sind, ich will nicht sagen Tausende, aber mindestens Dutzende davon unterwegs in allen Farben. Für Ausländer werden sogar kostenlose Führungen in englischer Sprache angeboten. Wichtig für Touristen ist es, sich nicht in die Tempelräume zu begeben, wo die religiösen Zeremonien während des Festes fast durchgängig stattfinden. Das ist nur innerhalb genannter Führungen unter strengen Auflagen möglich. Also macht keine Fotos, wo ihr nicht dürft. Wäre ja auch im besten merkwürdig beten in der Kirche zu filmen, oder? Ja. So, hinter uns geht jetzt eine von diesen Fressmeilen los. Das Beste ist, was gibt es am meisten auf diesem Tempelfest hier in Tokio? Dönerstände! Achtung! Die Rute beginnt, jetzt ein Döner! Von den Dönern sind uns glaube ich, ich will es nicht sagen 30, aber ich denke 25 waren es. Locker! Es gibt auch viele Takoyaki Stände, es gibt viele, was hatten wir vorher noch, die Yakitori Spieße und solche Sachen. Aber am meisten gibt es hier Döner. Die erste Bude am Eingang war ein Dönerladen. Haha! Hahaha! Musik 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 Tja, das war es aus Ota und dem Ikegami-Honmonji. Wir hoffen euch ein wenig Lust auf dieses tolle Fest gemacht zu haben. Das einzige Negative, das ich berichten kann, war, dass es hier ein wenig zu tun ist. Es war, dass ich einen Fressstand mit etwas zu schwammigen Takoyaki erwischt hatte, konnte ich allerdings mit super genialen Karage wieder ausgleichen. Das erinnert mich jetzt daran, mal wieder richtig gute Takoyaki zu essen und in Nürnberg gibt es die nur im Kome Kome. Ja, damit danke ich euch fürs Zusehen, während ich mich jetzt kulinarisch auf den Weg mache. Bis dann sagt SBK on Tour! Musik 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 Musik